Wer mir natürlich da, also wenn ich liebe seit Zeit, weiß ich nicht. Mittlerweile weiß ich nicht, Ende der 90er habe ich schon geschaut, Mitte der 90er ist der Harald Lesch. Ja, da... Damals hat ihn kein Schwein gekannt, da war er um 3 Uhr früh auf Bayern-Alpha damals noch, oder... Das hat ja, der ist ja noch lange nicht in irgendeinem öffentlich einen großen Ersten gewesen. Und da habe ich ihn schon geliebt und habe in den Nächten zugeschaut, wie er da erklärt hat, das ist das eine oder andere Wurmloch, das ich da wieder, als ich erst damals und heute auch noch Star Trek Fan habe, natürlich mich darauf dann schon einlassen wollen, das einmal zu verstehen, was da abgeht in der Physik, ja? Ja, es ist lustig, dass du den ansprichst, weil wir seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr einen YouTube-Kanal mit ihm gestartet haben. Hey, geil! Also ich habe eine kleine Firma, die heißt Objektiv Media und das ZDF kam da auf mich zu und wir haben überlegt, was könnte man denn machen. Es ging rund um die Marke Terra X und wie könnte man Terra X auch bei YouTube präsentieren und dann haben wir direkt gesagt, Harald Lesch ist einfach jemand, der funktioniert auch bei YouTube, auch wenn er nicht das typische Alter von einem YouTuber hat, aber er hat einfach eine hohe Glaubwürdigkeit, er hat ein unglaubliches Wissen, er hat eine gute Präsenz, wie du auch sagst und man hört ihn einfach... Das ist grandios! Genau, und dann haben wir einen Kanal mit ihm gestartet und der läuft bisher auch ganz gut und das macht einfach super Spaß, da was auszuprobieren und ich glaube auch, dass das so die Richtung ist. Also ich finde es auch blöd, einfach nur zu meckern und nicht zu machen. Ich habe mich vorhin beschwert, dass Wissenschaftsvermittlung bei uns oft nur so ein bisschen schwerfällig ist und da hatte ich die Möglichkeit, auch mal aktiv einzugreifen und selber was zu entwickeln mit den Kollegen zusammen und da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz drauf, weil die Ergebnisse finde ich eigentlich ganz cool, ohne uns jetzt zu sehr loben zu wollen, aber können Sie ja selber mal schauen. Terra X, Lesch und Co. heißt der Kanabe, YouTube, einfach mal die selber ein Bild machen. Der Lesch und Co. war ja mal mit dem Fossenkult zusammen, mit dem Philosophen. Ja, genau. Wo sie dann miteinander beim Italiener gesessen sind und immer gespeist haben und über Themen wie Bildung oder auch warum leben wir, was ist der Lebenssinn und solche Dinge philosophiert haben. Bei Ihrem Rotwein und Ihrem wunderherrlichen italienischen Speisen. Ja, das habe ich lustigerweise erst, also ich bin ein bisschen zu jung, um das noch selber Fernsehen gesehen zu haben, aber ich habe es dann nachdem... Echt wie alt bist du Freund? Ja, das war doch irgendwann in den 90ern, Ende der 90er, oder? Ja, aber da habe ich schon ferngeschaut, da hat es schon Fernsehen gegeben in unserem Haus. Ja, ich auch, aber eher noch andere Sachen, die Sendung mit der Maus oder sowas. Der war noch davor, der Armin Maywald, das ist klar. Ja, und da habe ich dann aber erst jetzt danach eben gesehen, als ich geguckt habe, gab es den Namen eigentlich schon? Habe ich gesehen, ah ja, der Lesch und Co. gab es schon mal und habe mir da so ein paar Sachen angeschaut und fand es auch cool. Das ist recht, ja, also es war einfach so eine lockere Atmosphäre und eigentlich schon sehr visionär. Also ich habe mir die jetzt wieder mal angeschaut, vor zwei, drei Wochen einmal, weil da war es ja eine ganze Nacht, glaube ich. Eh in Bayern, aber mittlerweile heißt er ja ARD-Alpha, glaube ich. Ja, genau. Immer Bayern-Alpha, ja. Das wäre also dein Kanal, oder? Ja, ich bin ja sehr gut ausgerichtet, genau. Ich meine, das ZDF hat ja auch sowas mit ZDF-Info, finde ich auch super. Ja, ich finde es aber... Du wärst so zwischen Neo und Info, oder? Irgendwo dazwischen, genau, wobei ich mich im MDR auch wohlfühle mit der Sendung. Ja, 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 toller Sender, also das ist... Aber das ist in Leipzig, oder wo ist es der? In Leipzig, in Halle, ja, also man, die sagen, Mitteldeutschland, ich finde den Begriff ein bisschen irreführend, bei Mitteldeutschland, da verstehe ich eher Frankfurt, Hannover. Also ich weiß nicht, dass der Wolfgang Lippert da immer zu Hause war, ja? Ja, genau, unter anderem der und viele andere. Zudem haben wir einen Konnex, den haben wir mal bei Wetten, das getroffen. Ah. Tatsächlich, da waren wir mal in Innsbruck mit Wetten, das. Bei einer seiner wenigen Wetten, das Sendungen. Ah, okay. Warst du da als Gast bei Wetten, das oder als Zuschauer? Ja, natürlich war ich als Gast. Ja, kann ja sein. Ich weiß nicht, in 10, 15 Jahren oder so. Nein, da war ich Zuschauer. Aber er war total sympathischer, oder ist er total sympathischer und hat mir mal ganz liebe Autogramm geben und Fotos gemacht und weiß ich was. Ah, ja, okay, cool. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig, auf welcher Plattform man jetzt stattfindet, wichtig ist es. Ja, ja schon. Also wenn du jetzt irgendwo nur innerhalb einer kleinen Schule stattfinden würdest, dann würden wir jetzt nicht sprechen. Ja, natürlich Reichweite ist schon schön, aber wichtiger, finde ich, ist eben der Inhalt. No question about it. Ja, ja, klar. Genau, und wenn es dann noch von vielen Leuten angeguckt wird, umso besser. Klar, man macht, man gibt, also man freut es natürlich auch, wenn man sich Mühe gibt und dann wird das auch honoriert im Sinne von Klicks. Also das wäre auch gelogen, wenn ich sage, ich freue mich nicht drüber, wenn mein Video viele Klicks hat. Und ich finde es auch ein bisschen lächerlich, wenn manche Leute damit kokettieren und sagen, es ist mir egal, ob Leute das anschauen, ich mache das, was ich wichtig finde und so. Die gibt es schon, das glaube ich Ihnen. Ja, ich weiß nicht. Aber ich bin auch nicht so, ich freue mich schon, wenn dann Rückmeldungen kommen, wenn ihr dann seht, 20.000 Menschen. So, da denke ich immer, boah, geil, das hat dich doch ausgezahlt. Aber du kannst halt nicht voraussagen, da gibt es Videos, da habe ich so viel Mühe reingesteckt in das Video, 42 Klicks oder so. Ja, das stimmt. Es sind oft auch die Sachen, bei denen du dir am meisten Mühe gegeben hast, so viel Herzblut reingesteckt, das schauen dann gerade wenig Leute an. Und bei anderen Sachen, ja, also ich hatte auch schon die Fälle, wo ich mich irgendwie mit dem Handy irgendwo im Hotelzimmer kurz gedreht habe und meine Meinung zu dem Thema, was gerade aktuell war, gesagt habe, weil viele das wollten. Zum Beispiel hier diese Bömermann-Erdogan-Sache, habe ich im Urlaub schnell was gedreht, hat vielleicht alles in allem eine Stunde gedauert oder eineinhalb Stunden und das hat dann halt 300.000 Klicks. Und ein anderes Video, an dem ich irgendwie drei, vier Tage saß oder noch länger, hat nicht mal 100.000 Klicks. Wobei das auch viel ist, ja, also Mecker noch nicht. Wollte ich gerade sagen, da würde ich jetzt nicht die Beschwerdekeule rausholen wollen. Ja, aber nur der Vergleich ist dann halt immer, da denkt man sich, Mensch, da steckt so viel Arbeit drin und beim anderen irgendwie nicht. Ja, das hat sich sowieso entkoppelt in der heutigen Welt. Also du kannst das nicht mehr an Arbeitseinsatz koppeln, was erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird. Und deswegen mit der Planung und wenn jemand wieder mal eine Strategie rausgibt, die 100%-Strategie, wie man in YouTube Millionär wird und so, tralala, würde ich vorsichtig sein. Ja, 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 das kann man, und da kann man gar nicht pauschal sagen, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wie nennst du deine Vorträge? Welche Vorträge meinst du? Du sagst, du gibst jetzt neuerdings Vorträge für YouTube Erfolg. Sie haben, kommt immer auf die Veranstaltung an. Also, was ich oft mache, ist, dass ich an Schulen bin und dort mit Schülern spreche und ihnen erkläre, wie YouTube funktioniert, was auch dahinter steckt, auch aufkläre über sowas wie Produktplatzierung und wie, was ist einfach für ein riesen kommerzieller Markt. Inzwischen ist es so ein bisschen medienpädagogisch angehaucht, das hat jetzt auch nichts damit... Den Wirtschaftspädagoge im Übrigen, ja. Ah ja, okay, passt ja dann sehr gut. Genau, geht auch oft in die Richtung, also man spricht dann wirklich auch oft über den monetären Teil. Das ist auch natürlich das, zu dem die meisten Schüler dann Fragen haben und das finde ich auch wichtig und spannend. Und es ist für mich auch gut, die Leute zu sehen, die meine Videos gucken oder zumindest potenziell gucken. Das ist für beide Seiten eigentlich ganz cool. Wenn ich bei Unternehmen bin oder bei Sendern, dann geht es tatsächlich eher so um Strategiesachen. Also, wie schafft man es, seinen YouTube-Kanal richtig aufzustellen, dass die Leute gucken, welche Themen sollte man ansprechen. Manchmal geht es auch um technische Dinge. Da gibt es jetzt keine bestimmten Titel. Also, ich habe nicht einen Vortrag, mit dem ich irgendwie rumgereicht werde, sondern es kommt immer auf die Veranstaltung an. Neulich war ich an der Uni in Mainz und habe einen Vortrag gehalten über, wie hieß es, YouTube, das Fernsehen 2.0, Fragezeichen, Content zwischen Klicks und Hate Speech. Das ist so die Richtung, in die es geht. Also, ich versuche auch mal so zu vergleichen, was kann das Fernsehen, was YouTube oder Webvideo allgemein, wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede und wie kann man Webvideo nutzen. Ja, in die Richtung geht es oft, aber es kann auch was ganz anderes sein. Demnächst bin ich bei einer Tagung vom Verbraucherzentrale Bundesverband und da geht es dann eher darum, wie kann man Verbraucherthemen in Webvideoform präsentieren. Also, das machen die Magazine eh nicht schlecht, oder? Ja, ja. So Magazine wie, weiß ich nicht, Max oder wie sie heißen oder Alleswissen oder Marktcheck, Markt irgendwas. Genau, also sobald, und das finde ich ist generell, das ist so ein allgemeiner Tipp, den man auf den Weg geben kann, wenn man, wenn es um Businessvermittlung im Netz und in Webvideos geht, ist es so nah wie möglich in eine Lebenswelt der Zuschauer sich bewegen. Und man kann ja fast jedes Thema so aufbereiten, dass es passt, selbst das Thema Rente kann man für junge Menschen so präsentieren, dass es zu ihrer Lebenswelt passt. Und da sind Verbraucherthemen natürlich super, also ich habe so eine kleine Reihe, die heißt ganz, ja, wie soll man sagen, populistisch, die Wahrheit über und dann halt immer. Ja, ja, das habe ich glaube ich als erstes einmal gesehen gehabt von dir, so Primark und. Genau, McDonalds, Apple. Ja, ja, all diese bösen vermeintlichen Weltkonzerne Nestlé, die die Welt versauern und Monsanto und. Genau, wo ich so versuche, so ein bisschen hinter die Kulissen von solchen großen Unternehmen zu schauen. Und es ist natürlich eher negativ aufgemacht, weil ich halt klar über... Aber das sind wahrscheinlich die bestgeschauten, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Das sind ja so klassische Verbrauchervideos und weil die halt total aus der Lebenswelt der Zuschauer sind. Die nutzen Amazon, die trinken Cola, die haben vielleicht ein iPhone und deswegen funktionieren solche Themen eigentlich immer ganz gut. Ja, sie haben es dann auch immer noch und dann fühlen sie sich halt jedes Mal schlecht, wenn sie ihr iPhone anschauen. Ja, ich meine, ich habe auch ein iPhone und habe hier ein Apple-PC. Man muss natürlich dann auch differenzieren. Ja, klar, das habe ich in dem Apple-Video auch gesagt, ich habe das selbst und ich finde es technisch einfach für mich gut. Aber man sollte das immer wissen und leider muss man ja sagen, die anderen sind in der Regel auch nicht besser. Das ist häufig leider der Fall, muss man zugeben, ja. Das ist glaube ich. Ja.